in der Welt da wo du stehst in der Nähe in der Nähe der Mann kann man kann es kommen Prozent und ganz jahre hat er noch nicht ja ich habe wieder aufgenommen weil die anderen zerstört wurden er ist es dauert wird und zu tun und hier auch schlachthänden Reifernst die ja ich würde mir eigentlich sein auch so weit gebrauchen fährt wohl 100 was können sie wurden mit gar keinem auf ja ich habe auch die in die Zeit der wir brauchen und nicht weil es doch ich habe vorher Helm die Sünder bekommen wollen so ließen die Reitern 7600 Herr Kampferland einmal bevor es macht Kupfer so wie brauchst du denn ich muss ganz so verkaufen haben sie ein bisschen mehr Geld noch nicht so ist das Pferd kaufen ja auch so die Liebkartoffen Kustos was ist das eine neue Fähigkeit überreiten aber er hat das fährt durchgingen durch oder bei ihnen Schaden und betäubt die Hörer die Schwerer dann nur Rendenrückwärter und das hier wird sich nicht mehr und alle ab war auch noch mehr und auch man soll nicht mehr so war okay wo ist denn der wo ist denn der wo ist die händler da oben da gehen wir mal hin äh hallo? wo sind die Männer gewesen? nicht da irgendwo äh der macht mich gerade wahnsinnig da werden wir überall hin der muss die Männer ja äh kommt schon da der mit seinem Pferd rennt erstmal überall hin das ist ein bisschen weil er so viel Beuth bringt mich aber auch nichts ne nein ja kann man ja 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 du hast es recht doch mal ein bisschen Geld richtig jetzt bei 9000 und nur sich statt so geschickt noch mehr Geld mit Füchern und mehr mit uns verkaufen vielleicht ja hier die Rechtsanwalt ja ich weiß nicht muss seit dem größten ja in den Wunsch wie das hat jetzt neun Watt Monson aber okay so kommentiert nur noch nicht das noch ein Arsch nicht mehr mit mehr nein es habe ich aus den Gegend ja ich sieht auch auf meiner und hier wird es eigentlich ein schlecht und wenn wir nicht mehr muss 6 1 6 ich hatte nun mal in meiner Zielgekehr Kampagne auf dem xp noch um hatte ich mit dem ich hatte ich in sehr viel mit der hatte ich über 50.000 okay alt und ich hatte schon entfährt schon das beste was ging Läger wird ich in Prozent neugierende werden und wollen immer das beste Pferd und ich war gerade mal 3 10 Prozent und nur und nur noch okay ich kaufe mehr zu wird ich habe mich fertig auf kann das denn naja sprung und dann fährt Level 8 na wo auch kann was überreiten nicht dringend nur springt man ja was übrigens mit rechtlich genug hat es sind jetzt hier deine Fertigkeiten weg da wäre es an der Karte das war rechtlich und dann wieder Sprung geht nach rechts die Anmacht an Ort Boxsprung gs. so ja dann lass uns mal jetzt weiter Prozent um die Ersten Kress angenommen kann sein oder wir haben nicht mehr abzuhören wir müssen ja wieder hin weil wir wollen ja wieder zum Schiff du wollte ich ja erst mal nur das war ich ja genau weil hallo ja aber auch genug Geld gehabt durch das 7.50 so war es gar nicht mehr werden jetzt kämpft man aus warum nicht ich steig dann ab ich glaube die ganze an die Schrecken stattdurch was steht die Leute durch ja wo denn wie steigt denn ab eigentlich wer kämpfen will muss auch sterben können wer kämpfen will muss auch sterben können was hast du gesagt wer kämpfen will muss auch sterben können nee 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 davor äh wie steigt denn ab Prozent unten rechts ist oder dieses Symbol mit diesem Fall kommt darauf klicken ganz unten rechts ja ja er hat schon und so tut sie so rufen ja ja wenn du weiter weg bist du dann kommt es zu dir fort und gepostet und ja das gleich gibt die Quest ab ja ja danke dass ihr meine Frau gerettet habt gut zu wissen dass es doch noch Leute gibt die sich um die Belange der Schwachen kümmern 703 xp xp habe ich bekommen wo das ist das ist das ist und somit war dass sie gerade noch ein mehr noch noch war ich habe das machen ja ich habe noch so manche ich es und und ich komme und sozusagen nirg schreit so mit schütteln ich hoffe ganz langsam er hat und sie sich wünschen mehr muss mit dem haupten noch kurz ein paar Bescheid die Lysion ich weiß es ist ein Blut auf sie sich rechts geht macht und so zocken im Fingern aber die Sprung des Geilten und die sich schon hilfreich Sprung ist schon ich finde es aber ein bisschen hilfreich und Schiener so ein Mensch ist ein Schiff drückt und dann auch der Pferd wenn auch gewertet dann kommt auch absteigen mehr genanntes beim fastballen jetzt noch recht abgibt er steht ich bin ja um zu breitem oder es ist auch ein Baller erst mal die Blüte Prozent Prozent das ist ja ja auch so dass ich zum Zucken im Finger es reitet auch mit Schiff in einer Stadt ist es ja nicht an Lauf schrittschwimmigkeits nicht schneller als so scheiße die stelle ist der Grundsatz in den Sparks er hat er nicht und er hat